Hallo, in diesem Video zeige ich, wie man Orchideen auf einem Felsen malt. Steine symbolisieren in der asiatischen Tuschmalerei Langlebigkeit. Die Felsen werden mit schnellen, frischen Pinselstrichen gemalt. Bemerkenswert an den Felsen sind Unregelmäßigkeiten und eine grobe Oberfläche. Im Gegensatz dazu ist die Orchideen lang, dünn und zart. Beim Malen sollte man versuchen, ständig konzentriert zu bleiben, sonst läuft die Pinselführung in die falsche Richtung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020